Hi Leute, ich bin wieder im Planetarium Stuttgart und ich halte heute einen galaktischen Vortrag mit dem Titel Vom Mars bis zu den Eismonden und das passiert im Rahmen des Space Days heute hier im Planetarium Stuttgart. Es können natürlich nicht alle von euch dabei sein, würde auch nicht in den Raum passen. Deswegen nehmen wir das Ganze für euch auf. Viel Spaß mit dem Vortrag. Einen schönen Nachmittag. Ich habe wieder das Vergnügen, Sie zu dem folgenden Vortrag, zum letzten Vortrag heute vorzustellen und ein wenig etwas über den Space Day allgemein zu sagen. Der Space Day wird von der gemeinnützigen Organisation Jury's Night seit 2013 jährlich organisiert und findet zeitgleich in Stuttgart und in Kölnstadt. Er findet immer im April, vorzugsweise am 12. April statt, da am 12. April nicht nur mit Jury Gagarin 1961 der erste Mensch ins Saal geflogen ist, sondern auch schließlich 1985 das erste Space Shuttle im Boden verließ, das Space Shuttle Columbia. Die verschiedenen Social Media Accounts der Jury's Night, die können Sie gerne folgen, up to date zu bleiben und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie auch nächstes Jahr zum Space Day kommen. Aber nun zu unserem Vortragenden. Er ist YouTuber, er hat über 80.000 Abonnenten auf YouTube. Nebenbei schreibt er sogar noch Kinderbücher und hat seinen eigenen Space Shop. Kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, er ist nämlich Jurist. Da ist das natürlich ein bisschen ein Sprung. Aber dann würde ich schon an ihn übergeben und freue mich auf den Vortrag. Mindestens genauso wie Sie. Ja, vielen Dank. Das mit dem Jurist war jetzt natürlich direkt eine Demaskierung. Schlimm, aber egal. Ich kann direkt sagen, mein Schwerpunkt war Weltraumrecht. Also ein bisschen Qualifikation habe ich. Ja, aber schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich riesig heute am Space Day, euch auf eine Reise durch das Sonnensystem mitzunehmen. Also wir bleiben heute ganz lokal patriotisch innerhalb unseres Sonnensystems. Der Vortrag heißt ja auch vom Mars bis zu den Eismonden. Und wir schauen uns mal an, was wir Menschen in den nächsten Jahren vielleicht für Ziele im Sonnensystem erreichen können. Also wo werden wir die erste Basis errichten? Zu welchem übernächsten Planeten würde uns das führen? Also ich hoffe, dass ich euch heute ein bisschen Lust auf die Zukunft machen kann. Erstmal noch, ja, das bin ich offensichtlich. Mein Name ist Tim. Ich habe einen YouTube-Kanal Astro Tim, da erkläre ich den Weltraum. Dem werde ich natürlich am Ende auch noch schamlos bewerben. Und ich arbeite im Planetarium Köln. Nebenbei halte dort die Vorträge. Das ist ein bisschen kleiner als hier in Stuttgart. Und durch das Planetarium Köln kam ich eben zum Weltraum. Genau, aber das soll auch schon zu mir reichen. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Und bei dem Titel, vom Mars bis zu den Eismonden, stellt sich ja so ein bisschen die Frage, warum würde man überhaupt von diesem schönen Planeten weg wollen? Ich meine, die Erde ist ja eigentlich ganz nett, ne? Soweit wir wissen, der einzige Planet, auf dem es Wasser, Leben gibt, soweit wir wissen. Wir werden später noch sehen, dass es sehr viele weitere gibt. Und da könnte man ja sagen, nö, hier ist es schön, ich bleibe hier. Ja, außerdem gibt es auf der Erde Pizzalieferdienste, YouTube. Das wird es auf dem Mars nicht geben, zumindest am Anfang. Aber ich habe mal so ein paar Argumente gesammelt, warum es vermutlich doch Sinn ergibt, ein bisschen über die Erde hinaus zu denken. Und mein erster Grund dafür, die Erde zu verlassen, ist so ein bisschen einfach der menschliche Entdeckergeist. Denn heutzutage sind quasi die großen Grenzen unserer Zeit, die liegen im Weltraum. Und das ist so ein bisschen, finde ich, analog zu diesen Entdeckern der damaligen Zeit. Das hier ist Magellan. Und Magellan, der hatte versucht, eine Meerenge zwischen dem Atlantik und dem Pazifik zu finden, was ihm auch gelungen ist. Und genauso wie heute einige Leute sagen, na, warum sollten wir in den Weltraum fliegen? Wir könnten das Geld für die Raumfahrt doch viel besser investieren, indem wir XYZ tun. Denke ich mir immer, haben vielleicht auch damals Leute Magellan gesagt, Ey Magellan, warum willst du mit deinem Schiff losfahren? Bleib doch in Spanien, hier gibt es genug zu tun. Und es ist genau diese gleiche Denkweise, die uns entweder zurückhält, am Boden hält, oder die uns voranbringt zu neuen Ufern. Nur, dass diese neuen Ufer eben jetzt nicht mehr auf der Erde liegen, sondern tief im Weltraum. Also menschlicher Entdeckergeist alleine gebietet es schon, dass wir zum Beispiel zum Mars fliegen oder auch zu den Eismonden. Wenn jetzt einige von euch sagen, na, das überzeugt mich noch nicht so ganz, habe ich noch ein dringlicheres Argument, aber nur für die, die sehr langfristig denken. Denn unsere Sonne, die ihr hier seht, das ist übrigens eine echte Aufnahme, unvorstellbar. Das ist eine sogenannte Sonneneruption, wahrscheinlich sogar ein koronaler Massenauswurf. Also ihr müsst euch vorstellen, das sind gigantische Maßstäbe. Wenn ihr die Erde daneben setzen würdet, was ich leider vergessen habe, hätte man als super PowerPoint-Effekt einplanen können, dann wäre sie winzig klein. Und gewaltige Kräfte, die auf der Sonne wirken. Und jetzt die erste Hiobsbotschaft dieser Führung. Unsere Sonne wird nicht für immer da sein. Sie wird leider irgendwann mal sterben. Das dauert noch ein bisschen. Also keiner muss sich jetzt schlaflose Nächte machen. Dauert noch so fünf Milliarden Jahre. Keine Sorge. Aber in fünf Milliarden Jahren wird es ungemütlich heiß auf der Erde. Ungefähr so heiß, dass man sich vor den Ventilator legen muss. Und damit meine ich, dass es so 5000 Grad heiß wird. Die ganze Erde schmilzt, das ganze Wasser verdunstet. Und spätestens dann werden die Leute wahrscheinlich sagen, na hätten unsere Vorfahren sich mal auf die Suche nach neuen Planeten gemacht. Also sehr langfristig gedacht. Aber wer weiß, was bis dahin noch passiert. Also ich denke, so ein Planet B oder C zu haben, könnte gar nicht Scham. Okay. Also das erst mal als Gründe dafür, warum wir die Erde überhaupt verlassen sollten. Und jetzt sagen vielleicht einige, naja, aber warum sollten wir uns auf das Sonnensystem beschränken? Und es gibt doch vielleicht im Weltraum viel bessere Planeten, auf denen wir leben könnten, als zum Beispiel den Mars. Der ist ja so ein bisschen vertrocknet, wie wir gleich sehen werden. Und hier sehen wir unsere Galaxis, die Milchstraße. Ich kann übrigens das Wort Milchstraße nicht aussprechen, weil ich komme aus Köln. Ich sage immer Milchstraße. Ich meine aber Milchstraße, sehr schwieriges Wort. Und da sind wir drin. Also da, wo der Pfeil hin zeigt, da ist unser Zuhause. Da ist unser Sonnensystem. Ein kleiner, winziger, mini Punkt in dieser Galaxis. Also da, wo der Pfeil hin zeigt, ist die Sonne, die Erde, der Mars, der Pluto, alles da. Und ich stelle mal euch die Frage, hat schon mal ein Mensch oder ein Roboter diesen Punkt verlassen? Nein, noch nie. Also wir haben es noch nicht mal geschafft, über diesen winzigen Punkt hinauszukommen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich sage immer, klingt sehr poetisch, wir sind im Prinzip ein kleines Sandkörnchen an einem riesigen Strand voller Sterne. Denn die Anzahl der Sterne in unserer Galaxis, die ist immens. Es gibt verschiedene Schätzungen. Es gibt so ungefähr mindestens 200 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Einige sagen sogar schon eine Billion. Eine Billion Sterne. Und um fast alle davon drehen sich Planeten, wie bei uns. Also da wären wir schon bei mehr als eine Billion Planeten in der Milchstraße. Da ist mit Sicherheit irgendeiner dabei, der perfekt für uns geeignet ist. Irgendeiner, wo es Wasser gibt, Luft, was weiß ich, was man auf einem angenehmen Planeten noch so braucht. Also alles Mögliche. Das Problem ist, die Distanzen sind einfach viel zu groß. Also wir können hier nicht weg, noch nicht. Denn schon in unserem Bereich der Milchstraße herumzuschwirren, würde Millionen Jahre kosten. So ein Antrieb ist noch nicht erfunden. Die menschliche Lebensspanne ist nicht lang genug. Das heißt für jetzt und ich würde auch sagen für die nächsten Jahrtausende leider, ich bin sonst sehr optimistisch, aber hier muss man realistisch sein, sind wir hier gefangen. Fühlt sich nicht wie Gefangenschaft an, aber de facto sind wir in unserem Sonnensystem gefangen. Und deswegen gucken wir mal, was es in unserem Sonnensystem so zu besiedeln gibt. Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Darstellung des Sonnensystems. Und einige werden schon direkt empört bemerken, dass da acht Planeten sind, aber nicht der Pluto. Der ist auf diesen Darstellungen des Sonnensystems meistens nicht mehr dabei, denn er wurde ja vor 15 Jahren rausgemobbt, sage ich mal. Da kommen wir gleich noch zu, denn vielleicht könnte sogar der Pluto ein Ort sein, auf dem wir Menschen leben können. Also dann werden wir uns dieser dramatischen Geschichte des Plutos noch mal so ein bisschen zuwenden. Aber für jetzt belassen wir es erst mal dabei, dass das unsere Position im Sonnensystem ist. Und von dort versuchen wir also andere Orte zu finden, auf denen wir vielleicht leben könnten. Und die ersten beiden Planeten, der Merkur und die Venus, die können wir bei unseren Auswanderungsplänen, sage ich mal, erst mal außen vor lassen, denn die sind sehr lebensfeindlich. Also auf der Venus wird es irgendwie so 400 Grad heiß, egal ob Tag oder Nacht. Es regnet aber auch die ganze Zeit, aber kein Wasser, sondern Säure. Sehr unangenehm. Dann gibt es noch unfassbar viele Vulkane. Also das eignet sich nicht so richtig, der Merkur noch weniger. Das heißt, wir sollten eher so in die andere Richtung, von der Erde weg. Und da käme erst mal, der Mond kann in jeder Richtung sein, aber naheliegendes Ziel wäre erst mal der Mond. Und da waren ja schon Menschen, der Mond ist der einzige Himmelskörper, auf dem jemals ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat, außerhalb der Erde. Und das sogar schon sechs Mal. Es gab sechs erfolgreiche Mondlandungen. Die letzte ist jetzt schon ein bisschen länger her. Und es gibt jetzt neue Pläne, wieder zum Mond zu fliegen und diesmal sogar eine dauerhafte Basis zu bauen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Das Ganze nennt sich Projekt Artemis. Und das könnte also in den nächsten Jahren bevorstehen. Es gibt noch ein paar andere Pläne mit dem Mond. Und die haben was mit der Raumstation zu tun. Ich habe hier dieses kleine Symbolvideo zur Raumstation ISS, wo man sieht, wie die auf der Raumstation trinken. Sehr praktisch. Denn in der Schwerelosigkeit, Pseudo-Schwerelosigkeit auf der ISS, denn die Schwerelosigkeit entsteht nur durch die immense Geschwindigkeit der Raumstation. Da formt sich Flüssigkeit sofort zu einer Kugel und schwebt im Raum herum. Also kann man einfach so trinken. Beim Aufs Klo gehen ist es aber sehr unpraktisch. Deswegen haben die auf der ISS so einen Gurt auf dem Klo. Müssen sich festschnallen. Egal, das führt uns jetzt viel zu weit weg. Und jedenfalls ist es geplant, eine neue Raumstation zu bauen. Denn die ISS, die hat so ein bisschen ihre besten Tage hinter sich, könnte man sagen. Spätestens 2031 ist wohl Schluss. Und ob es bis dahin noch klappt, steht auch in den Sternen. Denn es gibt ja jetzt so ein paar Querelen. Habt ihr vielleicht mitbekommen, jetzt im Zuge des Russland-Krieges, Russland-Ukraine-Krieges, hat man sich da so ein bisschen gefetzt. Die Russen hatten so ominöse Anmerkungen gemacht, dass die ISS ja zufälligerweise auf Europa abstürzen könnte. Also sehr mysteriös alles. Am Ende sind dann zwei neue russische Kosmonauten zur ISS geflogen und hatten seltsamerweise Raumanzüge mit ukrainischen Farben an. Das ist alles super kurios. Aber die Zusammenarbeit scheint jetzt wohl weiterzugehen. Aber egal, wann mit der ISS Schluss sein sollte, das Nachfolgeprojekt steht schon und hieß früher Deep Space Gateway. Ich glaube, jetzt wurde es umbenannt in Lunar Gateway oder Lunar Orbital Station irgendwie so. Und soll ein bisschen wie die ISS sein, kleiner und sich nicht um die Erde drehen, sondern um den Mond. Das finde ich einen irren Gedanken, dass wir Menschen es schaffen könnten, eine Raumstation zu bauen, die sich um einen fremden Himmelskörper dreht. Und das wäre natürlich sehr praktisch, wenn es eine Basis auf dem Mond gibt. Dann könnte nämlich diese Basis von der Raumstation aus versorgt werden. Und das könnte dann eben so ein bisschen, der erste Name sagt es ja, Deep Space Gateway, als unser Tor tiefer in den Weltraum dienen. Okay, aber Mond haben wir ja schon alles geschafft. Da waren ja schon Menschen. Das heißt, setzen wir unsere Ziele mal etwas höher und schauen uns den Mars an. Das ist er. Hier sieht man auch schön, allerdings viel zu groß, seine beiden Monde. Monde, die heißen Dämos und Phobos. Man nennt sie auch liebevoll die Kartoffelmonde. Denn ihr seht, die sehen aus wie zwei Kartoffeln. Übersetzt heißt Dämos und Phobos aber Angst und Schrecken. Also passt nicht so richtig, denn die beiden bewegen sich auf dem Mars zu. Und irgendwann in ferner Zukunft werden sie auf den Mars hinauf krachen. Also Angst und Schrecken passt besser als Kartoffeln. Ja, aber wenn man den Mars so sieht, dann fragt man sich tatsächlich, warum wollen wir Menschen da hin? Also ich weiß nicht, so richtig gemütlich sieht es da nicht aus. Es scheint wenig Wasser zu geben. Leben sehen wir auch nicht. Und ansonsten gibt es eigentlich nur Krater und Schluchten, die aber sehr beeindruckend sind. Also wir sehen hier zum Beispiel die größte Schlucht im Sonnensystem. Weiß jemand, wie die heißt? Ich stelle mal ein paar Expertenfragen. Keiner. Valle Marineris heißt die. Und der größte Berg des Sonnensystems ist auch auf dem Mars, der Olympus Mons. Also für Geologie-Fans auf jeden Fall ein gutes Ziel der Mars. Der Grund, warum man da hin möchte, ist aber, dass man da jede Menge Potenzial sieht. Denn früher sah der Mars vielleicht ganz anders aus. Ich habe keine PowerPoint-Effekte gescheut, um euch das zu zeigen. So sah der Mars womöglich früher aus. Also früher war der Mars eine Welt voller Wasser und vielleicht auch Leben. In der fernen Vergangenheit. Und das weiß man relativ sicher, denn der Mars ist rot. Und der ist rot, weil er ist verrostet. Also ganz profan. Der ist einfach verrostet. Und wenn er verrostet ist, dann muss das bedeuten, dass es früher auf dem Mars jede Menge Wasser gab. Denn Rost entsteht durch Wasser in Kombination mit Eisen und Luft. Und das heißt, vielleicht gab es da außerirdisches Leben. Oh, da sind die Mars vor, weil die zählen noch nicht ganz als Leben. Vielleicht gab es da irgendwelche Marsfische, Marsbakterien, wer weiß. Und die Idee ist so ein bisschen, dass wir den Mars wieder in eine zweite Erde verwandeln könnten. Das ist natürlich sehr schwierig. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie wir das schaffen werden. Im Moment hat man noch nie einen Mensch zum Mars geschickt, sondern nur diese Roboter. Aber auch cooler Funfact. Der Mars ist der einzige Planet, der nur von Robotern bewohnt wird. Soweit wir wissen. Und im Moment gibt es ja einen neuen Rover auf dem Mars. Der heißt Perseverance. Der fährt da rum, nimmt Bodenproben. Und er hat einen Helikopter dabei. Ich habe gesehen, dass hier eben ein Modell dieses Helikopters ausgestellt war. Ingenuity heißt der. Das war das erste Mal, dass die Menschheit es geschafft hat, ein Flugobjekt auf einem anderen Himmelskörper fliegen zu lassen. Und wie unglaublich ist das, wenn ihr mal bedenkt, dass der Bau des ersten Flugzeuges, das ist noch gar nicht lange her, und jetzt können wir schon einen Helikopter auf dem Mars fliegen lassen. Also wenn man sich das mal anschaut, muss man sagen, wir kommen als Menschheit schon ganz gut voran. Wenn man wirklich mal den Fokus auf diese wissenschaftlichen Durchbrüche legt. Ja, dieser neue Rover Perseverance, der fährt durch diesen Krater. Das ist der Jezero-Krater. Jezero heißt, glaube ich, in vielen slawischen Sprachen einfach See. Und der heißt aus gutem Grund so, denn früher sah der so aus. Also das ist einfach ein ausgetrockneter See. Und in diesem See fährt jetzt dieser Rover rum. Also unvorstellbar sich vorzustellen, dass der Mars früher eine bewohnte, belebte Welt war. Vielleicht war damals die Erde der Planet, der lebensunfreundlich war. Und so haben sich die Rollen getauscht. Und wer weiß, wie es in zwei Milliarden Jahren sein wird. Vielleicht wohnen dann wieder Leute auf dem Mars und sagen, naja, die Erde sieht nicht so schön aus, wir bleiben lieber auf dem Mars. Alles möglich. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt. Das ist immer meine erste Assoziation bei Mars-Männchen. Meiner Meinung nach immer noch einer der besten Alien-Filme, die es gibt. Vor allem der Clou, dass man die Mars-Männchen damit besiegen kann, indem man ihnen schlechte Country-Musik vorspielt. Ich glaube, es ist sehr nah an der Wahrheit dran. Wie heißt denn der Film? Der heißt Mars-Attacks von 1996 oder so. Das ist wirklich schon alt. Genau. Ja, ob es solche Aliens auf dem Mars gibt, ist ein bisschen ungewiss. Würde ich jetzt mal in Zweifel ziehen. Wenn es Leben dort gibt noch, was ja sein könnte. Denn stellt euch mal vor, es gab damals diese Alien-Mars-Bewohner, Alien-Fische. Nur mal angenommen. Dann ist das ganze Wasser verdunstet, denn der Mars hat seine Atmosphäre verloren. Er ist langsam ausgetrocknet. Aber das sind Prozesse, die sich über mehrere Millionen Jahre erstrecken. In dieser Zeit könnte sich doch das Leben in den Untergrund verzogen haben und sich an die neuen Bedingungen angepasst haben. Es würde mich nicht wundern, wenn wir in Zukunft unter der Oberfläche des Mars in irgendwelchen marsianischen Höhlen zumindest Bakterien finden würden. Und das wäre natürlich eine echte Sensation. Denn es wäre der Beweis, wir sind nicht die einzigen Lebewesen im Weltraum. Die Erde ist nicht der einzige bewohnte Planet. Es gibt direkt neben uns Leben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das bald passieren wird. So. Ja, wie kommen wir denn jetzt zum Mars? Wer will da hin? Was ist da geplant? SpaceX. Genau, SpaceX ist eine amerikanische Firma. Chef ist der Multimilliardär Elon Musk. Und die haben aus meiner Sicht die konkretesten Pläne, Menschen zum Mars zu schicken. Die NASA will meines Wissens nach keine Menschen zum Mars schicken. Also bleibt erstmal nur SpaceX. Und wir haben ein super cooles Promo-Video. Ich weiß, es ist eigentlich nur eine Werbung, aber die ist so beeindruckend, dass wir uns die mal angucken. Aber wir starten nicht direkt am Anfang. Wir starten mal hier. Aber das seid ihr in ein paar Jahren, wie ihr die Raumfähre zum Mars betretet. Ja, so startet die Rakete. Das Besondere an den ganzen SpaceX-Raketen ist, dass sie wiederverwendbar sind, wie wir gleich sehen werden. Viele wissen das gar nicht, aber im Prinzip ist es so, ein Raumschiff kommt nicht alleine in den Weltraum. Es wird immer von einer Rakete hochgebracht und lange Zeit war eben das Problem, dass die Raketen dann kaputt gegangen sind. Also sind dann in der Erdatmosphäre verglüht. Das heißt, man musste für jeden Raketenstart eine neue Rakete bauen. Und da haben nicht nur Umweltschützer zu Recht gesagt, das ist ein bisschen rohstoffintensiv. Aber die SpaceX-Raketen sind wiederverwendbar. Und wie wir jetzt sehen werden, fliegt sie zurück zur Erde und landet wieder wie eine Eins auf ihrem Landeplatz. Wir machen das mal ein bisschen schneller, sonst schaffe ich es nicht, mit meinem Vortrag durchzukommen. So. Landwieder kann einfach wiederverwendet werden. Jetzt kommt da noch so ein Treibstoffmodul dran und das Ding fliegt direkt wieder hoch. Also mir ist klar, das ist natürlich kein echtes Video, das ist animiert, aber diese wiederverwendbaren Raketenlandungen, die haben genau so schon funktioniert. Also das ist kein Science-Fiction, das ist Realität. Und das finde ich schon, das ist schon irre. So, jetzt wird mal weg von der Erde, vorbei am Mond. Lange Reise durch den interplanetaren Raum. Da ist auch nicht viel, das ist jetzt auch nicht besonders spannend. Man guckt halt jeden Tag aus dem Fenster und sieht das. Und dann irgendwann, sind wir da. Und stellt euch den Augenblick vor, ihr fliegt monatelang durch den Weltverband, den landen könnte und dann irgendwann wieder Ozeane hat. Aber das ist jetzt wirklich in die ferne Zukunft gedacht, würde ich mal sagen. Das hatten wir schon. Genau, dazu passend dieses Zitat von Elon Musk. Ich würde gerne auf dem Mars sterben, nur nicht bei der Landung. Mal schauen, ob er es schafft. Und ich glaube wirklich, dass es in den nächsten 10 bis 15 Jahren passieren wird. Viele Leute belächeln das. Man muss auch sagen, viele Leute belächeln Elon Musk schon von Anfang an und haben gesagt, das ist ein Hobby von einem Multimilliardär. Spätestens seit die wiederverwendbaren Raketen gebaut wurden, sind die meisten Belächler verstummt. Also ich glaube, es wird passieren. Und wie man das findet, steht auf dem anderen Blatt, aber es wird passieren. Also ich glaube, wir kriegen das alle noch mit, dass der erste Mensch den Mars betritt. Und ich glaube, es wird einen extremen Sprung in der Weltraumfahrt auslösen. Zumindest die Jüngeren unter uns, ich weiß nicht, ob ich mich noch dazu zähle, werden bestimmt die Chance haben, in diesem Leben selber mal zum Mars zu fliegen. Also du da hinten zum Beispiel, ich glaube, das ist der jüngste Zuschauer. Genau, ich glaube, du wirst in deinem Leben mit Sicherheit noch zum Mars kommen. Aber verklag mich nicht, wenn es nicht stimmt. Aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, zumindest zum Mond. Also da tut sich so viel im Moment. Das ist wie, als das erste Flugzeug entwickelt wurde, man sich nicht hätte vorstellen können, dass das irgendwann jeder machen kann. Und heute schlägt es für ein 10a nach Malle in Ryanair Flieger. Weiß nicht, ob das gut ist, aber man kann es auf jeden Fall machen. Und genau so werden wir irgendwann zum Mond fliegen können. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja, das ist unsere Zukunft auf dem Mars. Das klingt jetzt alles sehr gut. Es gibt natürlich einige Probleme dort. Das will ich nicht verschweigen. Denn erst mal Wasser. Was ist mit dem Wasser? Das ist tatsächlich das geringste Problem. Denn auf dem Mars gibt es eine Menge Wasser. Es ist nur gefroren. Also am Nordpol vom Mars, am Südpol vom Mars ist jede Menge Wassereis. Das müsste man schmelzen. Da hatte Elon Musk schon die etwas kuriose Idee, den Nordpol des Mars mit Atombomben zu beschießen, damit das Eis schmilzt. Ich weiß nicht, ob das so praktikabel ist. Aber man könnte Wasser auf dem Mars gewinnen. Dann ist das Problem die Weltraumstrahlung. Also man hat tödliche Weltraumstrahlung auf Dauer. Das erprobt man ja unter anderem in der ISS. Wie lange können Menschen Weltraumstrahlung aushalten? Das Problem wäre aber auch erst mal einfach gelöst, indem man die erste Siedlung unter so einer Kuppel baut oder in einer unterirdischen Höhle. Ich denke, man muss da ganz primitiv anfangen. Bisschen wie auf der Erde. Wir fangen wieder in Höhlen an und arbeiten uns nach vorne. Und dann spricht relativ wenig dagegen, dass zumindest ein paar tausend Leute selbstversorgend auf dem Mars leben können. Nachschub ist natürlich ein Problem bei sechsmonatiger Reisezeit. Das müsste schon selbstversorgend sein, also zumindest die Nahrung. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Film Der Marsianer gesehen hat oder das Buch gelesen hat, Der Marsianer. Das ist super. Da wird wirklich wissenschaftlich akkurat dargestellt, wie er es schafft, auf dem Mars Kartoffeln anzupflanzen. Und das könnte funktionieren. Also vielleicht leben die ersten Mars-Siedler einfach zu 100 Prozent von Kartoffeln. Mars-Kartoffeln, könnt ihr mir gut vorstellen. Okay, so viel erstmal dazu. Also genau, das ist dann die Mars-Basis, in die ihr dann in 30 Jahren fliegt, um Tante Erna zu besuchen oder so, die mit Blick auf den Olympus Mons ihren Lebensabend fristet. Vielleicht wird es so kommen. Und jetzt nochmal kurzer Bezug zum Weltraumrecht. Das war das einzige Bild, was ich gefunden habe, als ich Weltraumrecht gegoogelt habe. Da werden sich natürlich auch spannende rechtliche Fragen stellen, denn das ist ja im Prinzip komplettes rechtliches Neuland. Also wenn die ersten Menschen auf dem Mars leben und diese Basis gehört SpaceX, zu welchem Staat gehört das? Genau, ist SpaceX dann ein Staat? Also es ist super interessant. Und darüber werden sich dann jede Menge Anwälte Gedanken machen. Also es klingt wie so ein schlechter Anwaltswitz. Ich könnte mir vorstellen, dass beim ersten Flug zum Mars irgendwie zehn Anwälte mit dabei sind. Also wie viele Anwälte braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? So ungefähr klingt das. Ja, genau. Also Weltraumrecht. Super spannend. Okay, aber jetzt gucken wir mal noch tiefer in das Sonnensystem. Wo könnten wir noch hin? Zum Beispiel zum Jupiter. Das ist eine echte Zusammenstellung von Bildern des Jupiters übrigens. Wir sehen da oben beeindruckende Polarlichter, denn die gibt es auf jedem Planeten, der eine Atmosphäre hat. Nicht nur auf der Erde, sondern auch sehr spektakulär auf dem Jupiter. Und das Problem an diesem großen Planeten, oder da komme ich gleich zu, das wollte ich gleich erst zeigen. Hier sehen wir die realen Größenmaßstäbe. Ich finde das ein unfassbares Bild. Da unten sehen wir die Erde. Also dieses Mini-Ding ist die Erde. Rechts daneben der Mars, der ist sogar noch kleiner als die Erde. Und ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Ich glaube, das ist irgendwie Pluto und seine Zwergplaneten-Kompagnons wahrscheinlich. Und wir sehen diese äußeren Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, sind also gigantisch groß. Und das liegt daran, dass die OSC Gas bestehen. Also das sind Gasriesen. Und deswegen könnten wir auf denen selber natürlich nicht leben. Also wer frohen Mutes sein Raumschiff auf dem Jupiter landen lässt, dem würde nichts Gutes passieren. Der würde nämlich einfach durch Jupiter hindurchfallen. Ist wie wenn ihr aus dem Flugzeug auf eine Wolke springt. Das ist eine doofe Idee. Fährt man einfach durch. Aber diese großen Planeten... Oh Gott, irgendwas piept hier, wenn ich das? Ich glaube nicht. Ich hoffe, es hört gleich auf zu piepen. Diese großen Planeten sind entstanden aus einer gigantischen Gaswolke. Das ist eine sogenannte Akkretionsscheibe. Die gab es am Anfang unseres Sonnensystems, so vor so 5 Milliarden Jahren. In der Mitte entsteht gerade die Sonne. Und um die Sonne herum gab es diese riesige Scheibe aus Gas und Steinchen und Eisklumpen und Staub. Und nach und nach, ihr seht es da jetzt, haben sich daraus die Planeten zusammengepappt. Also die Erde zum Beispiel aus super vielen Steinen, die da herumgeflogen sind. Und die Gasplaneten eben aus dieser riesigen Gaswolke. Die Gasplaneten sind genau aus derselben Gaswolke entstanden, aus der auch die Sonne entstanden ist. Und der Jupiter und die Sonne haben sich zum Beispiel am Anfang so einen kleinen Wettkampf geliefert. Wer wird zuerst richtig schwer? Wer wird schwer genug, um den Fusionsprozess zu starten? Also fast wäre Jupiter zu unserem Stern geworden. Aber er hat es nicht ganz geschafft. Und deswegen ist er jetzt nur der größte Planet. Aber das ist ja auch schon ziemlich cool. Und er ist nicht nur der größte Planet, er ist auch mit Abstand der schwerste Planet. Der Jupiter wiegt doppelt so viel wie alle anderen Planeten zusammen. Also wenn ihr alle Planeten auf eine Waage nehmt, mal zwei nehmt, dann habt ihr das Gewicht des Jupiters. Ich nenne ihn deswegen immer etwas gemeinerweise den Planetenfettsack. Aber immerhin, er wäre fast zu einem Stern geworden. Und warum ich das überhaupt erzähle, diese großen Planeten, die haben alle sehr, sehr viele Monde. Denn je schwerer ein Objekt, desto größer die Anziehungskraft, desto größer die Schwerkraft. Und je größer die Schwerkraft, desto mehr Monde kann man an sich binden. Also man liest da immer unterschiedliche Dinge, denn es werden immer wieder neue Monde entdeckt. Aber hat jemand einen guten Tipp, wie viele Monde hat der Jupiter? Ich höre schon sehr verschiedene Zahlen. Das bestätigt meine These, dass man überall was anderes liest. Also mein letzter Stand war 79. 79 Monde, aber 10 große, das kann gut sein. Der Saturn hat sogar 82. Also 82 einzelne Welten, die wir vielleicht besiedeln könnten. Und hier sehen wir, das ist kein echtes Video, aber so stellt man sich das vor, das Ende der Raumsonde Cassini. Cassini hat den Saturn sehr lange untersucht. Denn man fragt sich immer, woher kennen wir diese Gasplaneten so gut? Die sind doch super weit weg. Man hat aber Raumsonden dorthin geschickt. Juno beim Jupiter, Cassini beim Saturn, die diese Planeten jahrelang untersucht haben. Also Cassini war jahrelang, ist um den Saturn gekreist, hat ihn wirklich bestens studiert. Und irgendwie ist es fast tragisch, ein bisschen traurig. Am Ende ist Cassini dann, als die Mission vorbei war, 2017, in den Saturn abgestürzt. Also in die riesigen Gaswolken des Saturns abgestürzt. Sie hat sich ein bisschen mit dem Objekt ihrer Begierde vereinigt, könnte man sagen. Das klingt so ein bisschen Shakespeare-mäßig. Und ja, das war das große Finale von Cassini. Und solchen Sonden wie Cassini haben wir es zu verdanken, dass wir diese richtig spektakulären Bilder der Gasplaneten haben. Cassini hat unfassbar detailreiche Fotos vom Saturn gemacht. Eins hat mich besonders beeindruckt. Das zeige ich euch mal. Ich schäme mich wirklich für diesen Witz. Der ist mir eben auf der Zugfahrt noch eingefallen, als ich diese Führung gemacht habe. Und ich dachte mir, okay, bringst du den, dass ich mir komme. Muss sein. Okay, aber das Foto hier, das ist wirklich unfassbar beeindruckend. Das hat Cassini gemacht. Und das ist ein echtes Foto. Stellt euch das mal vor, das ist ein echtes Foto. Wir sehen da den Saturn, wir sehen da die Ringe. Und wir sehen hier wirklich gut, dass der Saturn nicht einen großen Ring hat. Man spricht ja manchmal vom Ring des Saturns. Er hat in Wahrheit 100.000 einzelne kleine Ringe, die ineinander geschachtelt sind, wie wir hier sehr gut sehen. Und das Interessanteste an dem Foto ist eigentlich dieser kleine, helle Punkt. Jemand tippt, was das ist? Die Erde, sehr gut, das ist die Erde. Das ist ein Gruppenfoto von uns allen. Das ist die Erde vom Saturn aus betrachtet. Und wie klein die Erde da wirkt, oder? Also unfassbar, wenn man sich das mal vorstellt. Genau, also so wurden diese Gasplaneten erforscht. Aber wie gesagt, die Gasplaneten selber sind jetzt zum Leben eher so mäßig gut geeignet. Ich meine, es gibt so Ideen wie so Wolkenstädte. Jeder Star-Wars-Fan kennt diese Wolkenstädte auf Bespin, glaube ich. Oder Jevin? Jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Egal. Auf jeden Fall da, wo Darth Vader da an diesem Tisch sitzt und dann Han Solo kommt rein. Da können wir nicht leben. Aber sie haben sehr, sehr viele Monde. Hier sind nur mal einige. Ihr seht hier unser Mond, klar. Saturn-Monde, Jupiter-Monde, selbst der Pluto hat Monde. Pluto hat mehr Monde als die Erde. Also in dieser Disziplin übertrifft er uns ein bisschen. Und viele von diesen Monden sind ganz gut zum Leben geeignet. Das hier ist zum Beispiel, auch kein echtes Foto, aber so sieht es da aus, einer der Eismonde des Jupiters. Also man nennt die die Eismonde. Und das sind Monde wie Europa, Ganymede, auf denen auf der Oberfläche sehr viel Wassereis ist. Das ist ja schon mal was. Aber das Besondere ist, dass Wassereis kommt in heißen Quellen herausgespritzt. Also wenn ihr auf diesen Monden unterwegs wärt, dann würdet ihr sehen, dass da aus der Oberfläche heißes Wasser rausgespritzt kommt. Wie in so einem Spa oder so. Und das liegt daran, dass es unter der Oberfläche, wie ihr hier seht, einen gigantischen flüssigen Ozean gibt. Ein riesiges Meer. Was komisch ist, denn diese Mond und ihre Planeten sind unfassbar weit weg von der Sonne. Also eigentlich ist es da sehr, 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 sehr kalt. Wie kann es sein, dass das Wasser flüssig ist? Jemand einen Tipp? Anziehungskraft, genau. Es ist die Anziehungskraft der Planeten. Jupiter, ihr erinnert euch, Planetenfettsack, der ist so schwer, dass der seine Monde regelrecht durchknetet. Man nennt das auch Gezeitenkräfte. Und ihr kennt das ja auch von unserem Mond und der Erde. Mond und Erde drehen sich umeinander. Und durch die Bewegung des Mondes plus seine Schwerkraft, das ist Gezeitenkraft, Bewegung plus Schwerkraft, entstehen zum Beispiel Ebbe und Flut. Aber nicht nur. Der Mond hebt zum Beispiel auch alle Gebirge auf der Erde an. Also jedes Gebirge ist abends irgendwie ein paar Zentimeter höher als morgens. Und das ist beim Jupiter und seinen Mond natürlich viel, viel extremer. Denn der ist so schwer, dass er es schafft, das Eis durch die Gezeitenkräfte zu schmelzen. Und dann spritzt es eben als heißes Wasser an der Oberfläche raus. Und das ist natürlich genial. Wir fliegen so weit weg von der Sonne und haben flüssiges, heißes Wasser und könnten da vielleicht leben. Also eigentlich muss man diese natürlichen Phänomene ja ausnutzen. Es gibt aber auch andere interessante Monde, auf denen wir sehr wahrscheinlich nicht leben können. Das ist zum Beispiel der Saturnmond Titan. Das ist ein echtes Foto, zusammengesetzt aus Einzelbildern. Und der Titan hat eine dichte Atmosphäre wie die Erde. Und auf seiner Oberfläche gibt es jede Menge Seen. Also ein bisschen aus wie die mecklenburgische Seenplatte oder so. Man denkt sich schon, da könnte ich mir ein schönes Ferienhäuschen kaufen, springens kühle, nass. Das wäre aber keine so gute Idee, denn das ist kein Wasser. Es ist flüssiges Methan. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man in flüssiges Methan reinspringt. Aber man sollte es vermutlich nicht ausprobieren. Aber nichtsdestotrotz, es gibt da riesige Seen. Da liegt ja der Gedanke nicht weit, dass da Leben existieren könnte. Eben anderes Leben als auf der Erde, wie Methan-basiertes Leben, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und die NASA will eine Raumsonde zum Titan schicken, die das untersuchen soll, Dragonfly, in den 2030er Jahren. Also würde mich nicht verwundern, wenn wir auf dem Titan außerirdisches Leben finden würden. Bakterien, ne? Wenn ich außerirdisches Leben sage, da meine ich natürlich nie so grüne Männchen oder so mit Laserpistolen. Ich meine Bakterien oder andere Lebensformen. Anderer sehr interessanter Mond, der sich zur Besiedelung auch nicht so richtig eignet, ist der hier. Wie heißt der? Io, sehr gut. Das ist der Jupiter-Mond Io. Man nennt ihn auch liebevoll den Pizzamond. Sieht ein bisschen aus wie Pizza. In Wahrheit ist es aber sehr starker Vulkanismus und riesige Schwefelfelder. Io ist der vulkanischste Ort des Sonnensystems, noch vor der Venus. Ob es da Leben gibt? Vielleicht, denn soweit wir wissen, ist das Leben auf der Erde vielleicht irgendwie in so Tiefseelvulkanen entstanden, in sogenannten schwarzen Rauchern. Damals haben sich irgendwie anorganische Stoffe in diesen Tiefseelvulkanen zu den ersten biologischen Stoffen entwickelt. So zumindest die These. Das heißt, vielleicht gibt es sogar auf Io leben. Aber für uns Menschen wäre es wahrscheinlich nicht so ganz die perfekte Umgebung. Ja, diese Eismonde sollen erforscht werden in den nächsten Jahren. Es gibt zwei sehr wichtige Missionen. Die eine heißt JUICE. JUICE ist eine Mission der ESA, der europäischen Weltraumbehörde. Und das heißt Jupiter-Icy-Moon-Explorer. Und die soll sich vor allem dem Mond Ganymede widmen. Den seht ihr hier da unten. Und ich habe hier mal in mühevoller Arbeit einen Größenvergleich erstellt. Seht ihr den Mond, den Merkur und Ganymede ist sogar größer als der Planet Merkur. Da denken jetzt vielleicht einige, wenn Ganymede größer als der Merkur ist, warum ist Ganymede dann kein Planet? Wer weiß es? Der dreht sich nicht um die Sonne. Genau, der dreht sich nicht um die Sonne. Aber würde man, weil man sehr viel Langeweile hat, den Ganymede nehmen, ihn vom Jupiter wegschieben, sodass er sich um die Sonne bewegt, dann wäre er ein Planet. Locker. Also Ganymede hat auf jeden Fall alle Voraussetzungen, ein Planet zu sein. Er dreht sich eben nur nicht um die Sonne. Und Ganymede ist auch so ein Eismond. Also auf dem Ganymede werden wir vielleicht auch dann einen unterirdischen Ozean finden. Diese JUICE-Mission, die soll den Ganymede so genau wie noch nie untersuchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Ganymede ein guter Ort ist für eine Basis im äußeren Sonnensystem. Denn er ist der einzige Mond mit einem Magnetfeld. Normalerweise haben nur Planeten Magnetfelder. Ganymede hat aber eins. Und so ein Magnetfeld ist wichtig, um uns vor dem Sonnenwind zu beschützen. Also die Sonne, gemeinerweise, bombardiert uns die ganze Zeit mit Energiepartikeln. Sonnenwind nennt man das. Das Zeug wird vom Magnetfeld der Erde eingefangen, wird zum Nordpol und zum Südpol geleitet, bringt die Atmosphäre zum Leuchten und lässt sich dann als Polarlicht bewundern. Das ist der Sonnenwind. Wenn man auf einem Himmelskörper lebt ohne Magnetfeld, dann ist man dem Sonnenwind schutzlos ausgeliefert. Deswegen, Ganymede hat ein Magnetfeld. Ganymede hat flüssiges Wasser. Also eigentlich optimal. Dann gibt es eine zweite Mission, Europa-Clipper, der NASA. Und Europa-Clipper soll sich vor allem dem Mond Europa widmen, den wir hier sehen. Das ist so der bekannteste Eismond, muss man sagen. Also der klassische Eismond mit dem größten Ozean und allem. Also die Missionen sind relativ ähnlich und ich bin gespannt, ob wir auf einem dieser Monde dann Leben entdecken werden. Wir müssen noch ein bisschen warten. Im Jahre 2031 werden die beiden Sonden ankommen. Es sind noch gar nicht losgeflogen. Sollen 2023 losfliegen und 2031 ankommen. Denn bis zum Jupiter ist es leider ein Stück. Und wenn man den perfekten Startzeitpunkt verpasst, dann muss man die Reiseroute ändern und mit sogenannten Swing-By-Manövern arbeiten. Dann müssen die Sonden an anderen Planeten vorbeischwingen durch deren Schwerkraft. Und deswegen ist das Ankunftsdatum jetzt 2031. So. Hier übrigens das Missionsemblem von Europa-Clipper. Und ich fand es ganz schön, weil es wieder zu dem passt, was ich am Anfang erzählt habe mit diesem Entdeckergeist. Neue Ufer erkunden. Im Prinzip ist das, was in der Weltraumforschung geschieht heutzutage, das Äquivalent zu den großen Entdeckern von vor ein paar Jahrhunderten. Also sehr, sehr schönes Emblem. Ja, so könnte dann die Basis auf einem der Eismonde aussehen. Aber da sage jetzt selbst ich, das wird wahrscheinlich keiner hier im Raum mehr miterleben. Aber wer weiß, mal gucken, wie schnell das dann geht. Aber das könnte noch ein bisschen dauern. Die Frage ist auch immer, was macht man eigentlich da? Ja, also auf diesen Eismonden könnte man versuchen, Wasser zu, ja, wie sagt man, Wasser zu, aus dem Mond heraus zu extrahieren. Man könnte versuchen, aus dem Regolith, das ist die Oberfläche dieser Monde, Raketentreibstoff herzustellen. Ich glaube, diese Monde machen einfach Sinn als Außenposten für Missionen, die noch weiter weg gehen. So als letzter Stopp vor dem ganz äußeren Sonnensystem, bevor man das Sonnensystem verlässt. Und ganz hinten im Sonnensystem erwarten uns auch noch spannende Dinge. Und jetzt kommen wir nämlich noch zum Abschluss zum Pluto. Und bei keinem Vortrag über Pluto oder wenn man über Pluto spricht, darf niemals das hier fehlen. Als nämlich dieses Foto von Pluto gemacht wurde, 2016, 15 von der Sonde New Horizons, vorher wusste man gar nicht, wie Pluto aussieht, haben nämlich alle direkt gesagt, oh, Pluto hat so ein süßes Herz. Das sieht aus wie so ein Herz, weil er sich so freut, uns zu sehen. Und andere haben gesagt, nein, das ist halt Pluto. Ja, also Pluto ist unfassbar weit weg von der Sonne, ist unfassbar klein. Deswegen hat man ihn ja auch rausgemobbt, wie gesagt, weil man andere Himmelskörper entdeckt hat, die genauso klein sind. Eris zum Beispiel. Und da hat man dann gesagt, wir können die nicht alle als Planeten dazunehmen. Dann haben wir irgendwann 30 Planeten. Wer soll dafür noch einen Merksatz basteln? Und deswegen hat sich eine Mehrheit der Astronomen bei einer Konferenz in Prag dafür ausgesprochen, ihn rauszuwerfen. Man sagt ja immer, in der Wissenschaft wird eigentlich nicht abgestimmt. Aber darüber wurde abgestimmt. Es ist ein bisschen so, als würde man darüber abstimmen, ob die Erde flach ist. Und dann ist es halt so. Und da haben wir dann 52 Prozent oder so dafür gestimmt, Pluto rauszuwerfen. Höchst emotional, wie beim Brexit so ungefähr war das. Es gab dann auch viele Demonstrationen, Pluto-Fanklubs und so. Hat aber alles nichts gebracht. Pluto ist weiterhin ein Zwergplanet. Nichtsdestotrotz ist das wissenschaftliche Interesse an Pluto umgebrochen. Und man hat gerade jetzt noch Daten von der Sonde New Horizons ausgewertet. Also 2015 ist sie am Pluto vorbeigeflogen. Und jetzt wertet man noch Daten aus. Daran seht ihr mal, was das für eine unfassbare Menge an Daten ist, die so eine Raumsonde produziert. Und jetzt hat man was Neues herausgefunden über die Eisvulkane auf dem Pluto. Denn die gibt es auch, wie wir hier sehen. Das ist kein echtes Foto, aber auf dem Pluto gibt es auch Eisvulkane. Und er hat wohl auch einen unterirdischen Ozean. Es gibt einen Pluto-Ozean. Diese Tatsache alleine macht mich schon sehr glücklich. Und das Wasser aus diesem Ozean dringt langsam an die Oberfläche, wird zu so Crushed Ice, könnte man sagen, und bildet dann riesige Gebirge auf dem Pluto. Also der Pluto hat quasi alpenförmige, alpenmäßige Gebirge, die nur aus Eis bestehen. Und in dem Ozean von Pluto könnte es auch Leben geben. Denn die Daten sind ein bisschen mysteriös. Man versteht nicht ganz, woher die Energie kommt, die Hitze kommt, um den Pluto-Ozean flüssig zu behalten. Denn er ist sehr weit weg von der Sonne. Also die Sonne kann es nicht sein. Er hat einen Mond namens Charon. Der ist auch relativ groß im Vergleich zu Pluto. Aber die Gezeitenkräfte von Charon reichen auch nicht aus. Also es gibt innerhalb des Plutos eine mysteriöse Energiequelle, die den Ozean flüssig macht. Klingt ein bisschen nach dem Todesstern oder so. Also vielleicht ist Pluto nur eine getarnte imperiale Waffe. Und diese Energiequelle wird noch zu finden sein. Klingt jedenfalls nach einer ganz guten Voraussetzung für Pluto, wie ist das Adjektiv zu Pluto? Ich weiß es nicht. Plutuanisch im Leben. So. Okay. Soviel dazu. Das sind also so die Orte, die ich in unserem Sonnensystem in den nächsten Jahren mal ansteuern würde, um dort eine menschliche Existenz aufzubauen. Jetzt noch ein ganz kurzer Blick außerhalb des Sonnensystems. Und das ist dann auch das Ende dieses Vortrags. Es wurde ja vor ein paar Monaten im Dezember das James-Webb-Teleskop in den Orbit geschossen. Nicht in den Orbit, in den Weltraum. Habt ihr bestimmt mitbekommen. Jetzt ist es an seiner finalen Position angekommen. Und im Juni soll der normale Betrieb losgehen. Also im Juni wird es anfangen, normale Fotos zu machen. Und dieses James-Webb-Teleskop ist wohl mit Abstand das beste Weltraumteleskop, das die Menschheit jemals gebaut hat. Es ist nicht ganz zu vergleichen mit dem Hubble-Teleskop, das auch noch im Orbit ist. Das Hubble-Teleskop fotografiert nämlich im optischen Bereich und das James-Webb-Teleskop im Infrarotbereich. Aber nichtsdestotrotz werden wir mit diesem Ding Einblicke in die Tiefen des Kosmos erhalten wie noch nie zuvor. Und es gibt viele wirklich seriöse Wissenschaftler, die weit davon entfernt sind, irgendwie Alien-Quatsch zu erzählen, die sagen, mit dem James-Webb-Teleskop werden wir den Beweis für außerirdisches Leben auf einem Exoplaneten finden. Und das ab Juni, das ist bald. Also unfassbar aufregende Zeiten, in denen wir leben. Das hier ist das Testfoto vom James-Webb-Teleskop. Das ist nur ein Testfoto. In der Mitte sehen wir einen, glaube ich, 2000 Lichtjahre entfernten Stern. Und die Punkte da, die ganzen roten Pünktchen, das sind keine Sterne. Jeder Punkt ist eine eigene Galaxie. Jeder Punkt sind 100 Milliarden Sterne. Und diese Galaxien sind Milliarden Jahre alt, also kurz nach dem Urknall entstanden. Und das ist nur das Testfoto. Jetzt stellt euch mal vor, was das James-Webb-Teleskop ab Juni fotografieren wird. Also wird ziemlich, ziemlich aufregend. Man könnte sagen, dieses Jahr wird vielleicht das Bedeutendste in der Geschichte der Weltraumforschung. Ich könnte es mir gut vorstellen. Und vielleicht werden wir dann in den Tiefen des Kosmos zahlreiche Planeten finden, auf denen menschliches Leben zumindest möglich wäre. Und wenn man so einen Planeten findet, dann wird das natürlich durch die Motivation auch steigern, Antriebe zu entwickeln, um dahin zu kommen. Also ich glaube, um ein positives Schlusswort zu finden, unsere besten Zeiten stehen uns definitiv noch bevor. Und obwohl man bei vielen Nachrichten in der Welt immer so ein bisschen verzweifelt sein kann, deprimiert werden kann, muss man auch auf die positiven Dinge schauen, die passieren. Und da kommen wir einfach im Moment richtig weiter. Wir machen unfassbare Fortschritte. Und wenn wir uns auf unseren Entdeckergeist besinnen, dann glaube ich, werden wir den Kosmos erforschen können und von hier noch viel weiter uns nach vorne entwickeln können. So, das war ein ergreifendes Schlusswort. Jetzt kommt noch meine Schleichwerbung für meinen YouTube-Kanal. Die darf natürlich in keinem Vortrag fehlen. Also wenn ihr sagt, ja, ich möchte jetzt auch Entdeckergeist haben und den Weltraum noch weiter erforschen, dann empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal Astro Tim. Da lade ich zweimal die Woche neue Weltraum-Videos hoch. Die drehe ich im Planetarium Köln. Und erzähle da eben, was ich gerade in der Weltraumforschung tue. Zum Beispiel mit dem James-Webb-Teleskop werde ich da natürlich alles berichten. Und mein großes Ziel ist es, die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Denn dann kriegt man von YouTube so eine witzige Statue zugeschickt. Die möchte ich natürlich unbedingt haben. Also wenn ihr mir helfen wollt, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal. Und wenn ihr sagt, YouTube finde ich doof, ich lese lieber, dann empfehle ich euch mein Buch. Es heißt Astro Comics erklärt das Sonnensystem. Denn ich zeichne so Cartoons über den Weltraum. Die nennen sich Astro Comics. Und in dem Buch habe ich einfach zu jedem Planeten unseres Sonnensystems ein paar Cartoons gezeichnet und ein paar Erklärungstexte. Also es ist eine Cartoon-Reise durch das Sonnensystem. Gibt es ganz zufällig an dem Tisch vor diesem Raum mit Signatur des Autors. Und Schleichwerbung Ende. Und da auch dieser Vortrag zu Ende ist, bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.